Was geht? Heute ist mega geiles Wetter und wer mich so ein bisschen auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich bei geilem Wetter, wenn die Sonne scheint, nicht gerne ins Fitnessstudio gehe. Deswegen habe ich mir gedacht, heute könnte ich für das Jahr nochmal draußen trainieren, aber ich will nicht das machen, was ich immer mache, so mit Handstand und sowas, sondern ich versuche mich heute mal so ein bisschen an Calisthenics. Ich kann damit leider noch gar nicht so viel anfangen, aber ich will es einfach mal ausprobieren und so ein bisschen Muskelreize schaffen. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir haben leider nichts Professionelles zur Verfügung, nur so ein Spielplatz, aber der reicht auch schon aus, denn wir haben hier so ein Klettergerüst gefunden und ich sehe öfter im Internet, dass einfach Leute oben auf diesen Dingern hier in Handstand machen, was ich ziemlich beeindruckend finde. Ich mache zwar auch extrem viel Handstand, aber habe das so auf so einer Höhe und mit so Stangen eigentlich noch nie gemacht, noch nie probiert. Will es aber jetzt mal ausprobieren und mal schauen, ob es trotzdem funktioniert. Ich mache jetzt mal ausprobieren und ich mache jetzt mal ausprobieren und ich mache jetzt mal ausprobieren. . Feel the love So, kommen wir zur Human Flag. Ich habe das Ding zwar schon öfter gemacht, aber das ist jedes Mal so ein richtiges Körper zerreißen für mich. Ich muss das einfach mal öfter trainieren, deswegen mache ich es jetzt dreimal so lang, wie ich es überhaupt halten kann. Mal gucken, ob ich es überhaupt mit geschlossenen Beinen auch schaffe. Wir werden sehen. Feel the love running through like electricity. Feel the love running through like electricity. Like electricity. I can't you see, I can't you see I can't you see, I can't you see